Hallo und herzlich willkommen zu den Videokassettenkindern und Tarithara, die Post war da. Ja, schauen wir mal, was sie mitgebracht hat. Und es ist 48 Stunden, das Double Feature. Cover sieht nicht ganz so schlecht aus. Nichts gegen den Hintern des ersten Teils, aber besser als den von Teil 2. Holen wir erst einmal die Folie weg. Da haben wir noch so eine J-Card. Die machen wir erst mal ab. Dann blende ich euch hier mal das Original-Kino-Cover ein. Weil nichts geht eigentlich über das Cover von Teil 1. So, dann haben wir hier einmal die Karte noch von der Rückseite. Ja, Szenenfotos, Inhaltsangabe, Doppelset, beides komplett neu remastered. Die Bonusse, die technischen Daten. Ja, limitiert war das Teil, glaube ich, nicht. Dann haben wir hier einmal den Spine. Und, ja, ein nettes Foto. Wahrscheinlich während der Drehpause gemacht, weil ich kann mich an Cappy während des Films bei Eddie Murphy nicht erinnern. Ja, ich kann mich mit dem Cover immer mehr anfangen. Aber immer noch kein Vergleich zum Original-Kino-Cover von 1. Naja, schauen wir mal rein. Da, die Scheiben sind alle beide hinten. So, da haben wir auch ein durch... Na, geh, aber komm, komm, komm raus. Da haben wir auch ein durchgehendes Szenenfoto. Also, die Scheiben, jedenfalls der von Teil 1 ist schon mal... Na, geh rein. Schlecht raus, dann schlecht rein. Wollte ich jetzt sagen... Ach ja, die Scheiben scheinen auch andere zu sein als bei der Erstveröffentlichung vom ersten Teil. So, da haben wir einmal das Booklet. Ja, das erinnert mich sehr stark an die Kochmedia. Was steht... Ja, das lese ich gleich mal in Ruhe durch. Ja, Szenenfotos. Eins über die Drehbücher. Ja, also bei der Menge des Booklets. Ja, ich sehe schon, also man geht auf den Regisseur ein, auf die Darsteller. Ebenfalls auf Nolte und Murphy. Es fühlt sich auch sehr wertig an. Da geht es um den zweiten Teil. Ja, nochmal Nick Nolte. Nochmal Eddie. Ja, und wir gehen auch auf die Nebendarsteller ein. Ja, da habe ich einiges zu lesen. Das ist nicht wenig und sieht nicht schlecht aus Wissenswertes. Ja. Ah, gebunden. Nicht reingenäht, nicht getackert, gebunden. Ja, das ist wirklich was Wertiges. Ja, also wie gesagt. Schönes Cover. Gefällt mir langsam mehr und mehr. Das Cover von Teil 1 wäre mir persönlich ein Tacken lieber. So, dann kommen wir einmal zu den Daten dieser Veröffentlichungen. Dieses Mediabuch erschien am 26.08.2021 von Paramount Universal. Als Bonus kriegen wir dann jeweils zu den Filmen einmal Erinnerungen von Walter Hill. Den Original-Kino-Trailer zu den jeweiligen Filmen. Und beim ersten Teil haben wir noch einen Zeichentrickfilm von 1966 bei, mit dem Titel Space Kid. So, und dann kommen wir einmal zum Inhalt des Filmes. Erfolgsregisseur Walter Hill schaffte fast atemlose Spannungen bis zur letzten Minute. Mit packenden emotionalen Effekten wird die filmische Handlung zur Realität. Ein Verbrecher kann fliehen und legt auf der Suche nach der Beute, die ihn hinter Gitter gebracht hat, eine grausige Spur. Für Jack Cates, Polizist in San Francisco, beginnen nun dramatische 48 Stunden. Auf der Jagd nach dem Verbrecher verbündet er sich mit dem farbigen Reggie Hammond, den er für 48 Stunden aus dem Gefängnis entlässt. Ihr Verhältnis wird zur Machtprobe und zum Auftakt von mitreißender, intelligenten Actions sehen. Und hier auch noch die Inhaltsangabe der Fortsetzungen. Der Polizist Jack Cates ist seit Jahren auf der Suche nach dem mysteriösen Drogenbaron Iceman. Nachdem bei einer seiner Jagden unschuldige Menschen ums Leben kommen, wird Jack vom Dienst suspendiert und hat nur noch zwei Tage Zeit, die Existenz des Icemans zu beweisen. Der Einzige, der den Drogenkönig persönlich kennt, ist der Ex-Streifling Reggie Hammond, den Jack seit über fünf Jahren nicht mehr zu Gesicht bekommen hat. Dieser ist jedoch nicht gerade hilfsbereit und lehnt die Kooperation ab. Als es auch noch eine Bande vom Balkon auf Jack und Reggie abgesehen haben, um an das unterschlagene Geld Reggie zu gelangen und sich an Jack für die Ermordung eines Komplizen zu rächen, schließen sich die zwei doch noch einmal zusammen und begeben sich auf der Suche nach dem Iceman. So, und eine Sache noch zum Nachtrag, das habe ich erst gesehen, nachdem ich das Mediabuch gelesen habe. Ja, wie soll ich sagen, die Firma Paramount Universal scheint sich wohl für ihre eigenen Veröffentlichungen mittlerweile zu schämen? So heißt es direkt zum Beginn des Mediabuches ein kritischer Blick auf unsere Bibliothek. Paramounts Katalog umfasst mehr als ein Jahrhundert der Filmproduktion und wir sind uns bewusst, dass eine Reihe unserer Filme kulturell unsensibel oder potenziell anstößige Inhalte enthält, die zwar das widerspiegeln, was zur Entstehungszeit als akzeptabel erachtet wurde, die aber im Widerspruch zu den Unternehmenswerten der Paramount stehen. Heißt also, ihr bringt eine Veröffentlichung raus und schämt euch dafür, dass ihr sie rausbringt? Was soll denn das? Als Unternehmen sind wir bestrebt, Inhalte zu schaffen, die die Vielfalt von Gleichberechtigung stärken. Gleichzeitig müssen wir aus der Vergangenheit lernen, indem wir unsere Filmgeschichte neu betrachten und aufarbeiten, um dadurch unsere Versäumnisse zu erkennen und eine bessere Zukunft gestalten zu können. Wir hoffen und erwarten, dass das Publikum unsere Filme mit kritischem Auge betrachtet, sich mit der Thematik auseinandersetzt, aber auch aus heutiger Sicht auf zutagetretende Vorurteile und Fragen der Gleichberechtigung blickt. Also, liebe Paramount, wenn es euch unangenehm ist, dass ihr diesen Film veröffentlicht, weil er nicht mehr die Grundsätze der heutigen Zeit widerspiegelt, dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr geht hin, gebt für kleines Geld die Lizenzen für Teil 1 und Teil 2 an ein anderes Label, was da keinen politischen Gedanken hinter sieht, das zu veröffentlichen. Oder habt die Chuzpe, nehmt die Einnahmen, die ihr aus dieser Veröffentlichung erzielt und spendet sie einer gemeinnützigen Organisation. Aber sich damit rauszureden und einfach am Anfang des Booklets diesen Text zu veröffentlichen, halte ich für sehr peinlich. Ihr schämt euch nach außen hin, dass ihr das veröffentlicht, aber mein Geld, das nehmt ihr trotzdem. Und das halte ich für fragwürdig. Und damit möchte ich mich verabschieden. Lass gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Und ja, das Rückspulen nicht vergessen, kostet sonst einen Euro extra. Und ich beende jetzt dieses Video kopfschüttelnd. Bis dann! Lass gerne einen Daumen hoch und ein Abo dann.